Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Let's Play von Star Wars X-Men Alliance mit der TIE-Cover-Kampagne. Ich bin Exekutor zur letzten Mission und habe festgestellt, dass mega Gefangener wurde und auf dem Transfer nach TIE-Verweis. Und wir befangen uns jetzt in der Redux-Pission. Ich bin Exekutor-Kampagne. 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 So, wir starten von Daktus 6 zu einem langen Rüperraumsprung nach TIE-Verwahren. Wir werden dort auf die Ankunft des Transporters zu beharten. Und dann gucken wir mal, wie weit wir, ja, wann die Wendetransporter ankommt, wie lange wir warten müssen. Und das, weil wir flüchten müssen, wir dann mal Fersengeld geben. Dann starten wir mal. Dann starten wir mal. So. Ich gehe raus. Und gleich mal bereit machen zum Sprung. Und gleich mal bereit sein. die ist es die ist 21 kilometer weg fast so Ich bin mal gespannt, wann sie ankommen. Nein, Gizmo. Ich werde keine wunderschöne Gespräche beginnen. Wir werden so lange, wie wir können, und sie schießen, wenn wir zu haben. Hoffentlich können wir das alles fertig machen, bevor sie uns schwärmen. Wenn sie kooperieren, werden sie nur durchsuchen und können weiter fliegen. Wenn sie den Anweisungen nicht vollgeleiten, werden wir das Feuer eröffnen. Ja, Entfernung 16. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn er eintrifft. Ahem. Ja, Entfernung. Ja, Entfernung. Ja, Entfernung. Ja, Entfernung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020